Willkommen zu diesem neuen Video. Nachdem die letzte Konfiguration vom Porsche 911 GT3 relativ gut bei euch ankam, dachte ich mir, konfigurieren wir heute mal den neuen Mercedes GLE, also sozusagen das Facelift jetzt. Ich habe hier direkt den 63 S ausgesucht, der bei 164.660 Euro startet. Dann schauen wir uns mal an, wo wir jetzt am Ende bei einer fast voll ausgestatteten oder bei den Ausstattungen, die ich persönlich nehmen würde, dann am Ende für einen Preis landen. Wir können uns ja mal kurz die Grunddaten von dem 63er anschauen. Gerade im Moment gibt es auch nur noch den 63 S, gar nicht mehr den normalen. Der hat dann auch 612 PS Motorleistung plus halt diese 22 PS Elektroboost. Beschleunigt von 0 auf 100 in 3,9 Sekunden. Hat natürlich Allradantrieb, wie es sich für so ein SUV natürlich gehört. Und einen Verbrauch kombiniert von 12,5 Liter. Verbaut ist dann hier übrigens der bekannte 4.0 Liter V8 Motor, noch zum Glück. Aber wirklich laut sind die Autos auch nicht mehr, da die durch den OPF und die ganzen Geschichten schon sehr kastriert sind. So sieht der ganze serienmäßig aus hier mit dem schwarzen Unilack. Und im Interieur haben wir hier so einen Mix aus beige und schwarz, wo es hier so ein bisschen aussieht, als wäre es Alcantara. Wenn das Alcantara ist, dann ist es auf jeden Fall neu. Dann gab es das, glaube ich, beim Vor-Facelift so nicht. Das Lenkrad ist jetzt auch neu. Und ansonsten fallen mir jetzt nicht viele Dinge ein, die sich geändert haben. Vielleicht das Design der Sitze ein bisschen. Und ich glaube, der hat jetzt auch ein bisschen ein neueres Infotainment-System, das MBUX ein bisschen neueres. Aber ansonsten sollte alles eigentlich relativ gleich sein. So, dann fangen wir mal gleich an hier mit den ersten Paketen. Da gibt es für Mercedes typisch natürlich das Night-Paket, bei dem dann viele Dinge in schwarz gehalten werden, wie zum Beispiel die Spiegelkappen oder hier vorne im Stoßfängerbereich. Und wir haben natürlich auch dann die schwarzen Scheiben direkt drin. Dann gehen wir mal weiter zur Farbe. Hier gibt es jetzt ein paar, diese Manufaktur. Das war früher sozusagen die Designer- oder Designio-Farbe, je nachdem, wie man es aussprechen will. Ich glaube, dieser Alpinkrauerlack, der müsste eigentlich relativ neu sein. Den habe ich jetzt davor noch nie auf einem GLE gesehen, beim Vor-Facelift. Ansonsten, die anderen sind alles relativ normale Mercedes-Lackierungen. Hier das Maratgrün gefällt mir sehr gut. Vor allem in Real Life sieht es übelst geil aus. Ja, hier im Konfigurator sieht es eigentlich auch gut aus. Sehr schöne Farbe oder auch das Rot finde ich gerade mit dem Night-Paket gepaart. Sieht eigentlich sehr geil aus irgendwie. Ich persönlich würde jetzt aber zu diesem Manufaktur Diamantweiß greifen, weil ich finde, dass die Farbe vor allem in der Sonne durch diesen Perleffekt extrem geil aussieht. Dann gehen wir weiter. Serienmäßig haben wir jetzt hier 21 Zoll Räder verbaut. Natürlich AMG-Räder. Hier gibt es noch ein paar andere. Das Design hier zum Beispiel gefällt mir jetzt gar nicht. Mit diesem Zu... Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dass es hier halt so zu ist. Das finde ich persönlich sieht immer so ein bisschen aus wie ein Elektroauto. Das sind eigentlich so die besten Felgen fürs Auto meiner Meinung nach. Entweder in Silber, was vielleicht bei Schwarz besser aussieht. Oder halt in Schwarz, was jetzt bei Weiß sehr geil aussieht. Gepaart mit diesem Night-Paket. Reifen. Haben wir hier schon so ein paar Räder drauf. Okay. So. Was machen wir jetzt hier alles rein? Alles hier ein bisschen unnötig. Träger brauchen wir auch nicht. Was ich wichtig finde bei einem GLE ist dann immer hier diese Trittbretter, die das Auto deutlich, deutlich bulliger dastehen lassen. Und die Motorabdeckung in Carbon ist auch ein bisschen unnötig. Meiner Meinung nach. Aber hier durch diese Trittbretter sieht das Auto einfach deutlich breiter, meiner Meinung nach, nochmal aus. Und ja, wirkt einfach im Allgemeinen deutlich bulliger. Kommen wir zum Interior-Styles. Hier können wir das Zierelement-Paket exklusiv dazunehmen. Was ich beim GLE ganz spannend finde, ist, dass man hier hinten auch so ein bisschen so eine Chauffeurs-Ausstattung mit reinmachen kann. Das sehen wir dann gleich, wenn man hier irgendwie die Sitze oder so, müsste das glaube ich sein, dass man hinten auch die Sitze verstellen kann und hinten eigentlich, ja, eine relativ gute Ausstattung trotzdem hat. Dafür, dass es nur eine E-Klasse sozusagen ist. So, was würde ich jetzt hier nehmen? Hier für 700 Euro Aufpreis. Das Leder exklusiv würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Sieht deutlich edler aus. Auch mit diesem diamantförmig gesteppten Leder hier. Sieht meiner Meinung nach deutlich exklusiver aus. Und für 700 Euro ist es eigentlich, ja, finde ich, ein fairer Aufpreis für das Ganze. So, jetzt sehen wir hier Fond, Komfort, Paket Plus. Da haben wir dann sozusagen hier die Sitzvorstellung. Hier sieht man es ein bisschen. Und auch ein Tablet hinten drin. Fernseher, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob die da auch drin sind. Aber auf jeden Fall hat man hinten schon mal eine sehr, sehr gute Ausstattung. Klar, kostet auch direkt mal 4000 Euro mehr. Aber dafür, vielleicht wenn man jetzt hier mal auf diese normalen Bilder geht, sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Haben wir dann hinten auch hier die Sitzvorstellung. Und so ein bisschen, ja, so wie so eine Einzelsitzanlage, mehr oder weniger. Was ich persönlich sehr geil finde, dass man das in einem GLE ausstatten kann. Weiter geht's. Sitzheizung hinten ist natürlich auch, was das heutzutage nicht fehlen darf, finde ich. Und hier die AMG-Carbonzieher-Elemente kommen natürlich beim 63er auch sehr geil rüber. Beim Lenkrad würde ich vielleicht einfach beim Alcantara-Lenkrad bleiben, weil das Carbon-Lenkrad meiner Meinung nach dann ein bisschen zu viel Carbon überall ist und ich das Normale eigentlich ganz cool finde. So, jetzt sieht man, sagen wir mal, wie es im Dunkeln aussieht. Keine Ahnung, warum sich das gewechselt hat. Achso, hier wegen dem Ambiente-Bereich, okay. Weiter geht's. Jetzt doppelte Sonnenblende und so, finde ich ein bisschen unnötig. Hier Sonnenrollos, elektrisch, ist eigentlich ganz cool, auch wie in der S-Klasse ein bisschen oder wie in einem GLS-Malbach sozusagen. Standheizung, meiner Meinung nach gerade im Winter, extrem geil. Und ich würde auch immer zu einem Alcantara-Innenhimmel greifen. Okay, dann haben wir die doppelte Sonnenblende schon serienmäßig drin. Ansonsten hier, das ist schon serienmäßig im 63er. Hier könnte man jetzt noch irgendein Paket mit dazu nehmen. Ja, kann man machen. Winterpaket, Lenkradheizung finde ich auch gerade im Winter extrem geil. Finde ich jetzt nicht mega wichtig, aber wenn man es hat, ist es trotzdem cool. Und ansonsten gibt es jetzt hier nur noch mehr oder weniger, ja, diese Assistenzsysteme, die man, finde ich, bei so einem Auto dann auf jeden Fall auch mit dazunehmen sollte. Weil ein GLE natürlich schon ein großes Auto ist, bei dem so ein Totwinkelassistent oder so was dann schon hilfreich ist. Ansonsten hier, das, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich das alles mitnehmen würde. Vielleicht noch die Keramik-Bremsanlage, da ist natürlich immer die Frage, ob sich das lohnt. Aber meiner Meinung nach sieht es natürlich viel, viel geiler aus mit diesen goldenen Bremssätteln als mit den normalen. Und der Vorteil bei der Keramik-Bremsanlage ist natürlich auch, dass man die nicht so oft wechseln muss, wie jetzt eine normale Bremsanlage. Okay, und das war es dann auf jeden Fall auch schon. Wir sind jetzt hier bei 188.000 ungefähr. Man hätte jetzt noch das eine oder andere mehr reinnehmen können, dann wären wir vielleicht so bei 195 gewesen. Aber so wird auf jeden Fall mein Traum GLE 63 S aussehen. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr den auch so konfigurieren würdet oder ob ihr was anderes machen würdet. Oder vielleicht wollt ihr ja gar kein GLE. Könnt mir auch mal gerne unten reinschreiben, ob ihr eher X5 oder Q7 Fan seid. Und ja, das war es dann auch schon wieder mit dem Video. Wenn ihr euch für Autos interessiert, dann lasst auf dem Kanal hier auf jeden Fall ein Abo da. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, ciao.